Herzlich Willkommen zur Call of Duty Bad Zone. Wir zocken jetzt hier gleich Bodenkrieg. Nicht wundern, ich bin dann noch eigentlich voll der Anfänger, denke ich mal. Dann wollen wir mal. Also Bodenkrieg gefällt mir irgendwie am besten. Entweder gemetzelt oder gemetzelt werden halt. So, womit soll ich anfangen, Freunde? Was sagt ihr? Komm, ich nehme Sniper. Also jetzt schon, wir sind ja übertrieben am verkacken. So, erstmal klarkommen hier. Und üben, Alter. Mit der Störung muss ich auf jeden Fall auch noch zurechtkommen. So am besten für mich ist es, ganz nach oben hier zu gehen. Sehr schön. Alter, ich bin ja erschrocken jetzt aber hier. Wow, und das war's. Ich sag du, das ist so krank hier. Ich steig mal zu ihm ein. Ah, toll, der ist unten. Ich dachte, der ist da oben. Ich muss auf jeden Fall erstmal rankommen mit, ähm, eine andere Klasse. Okay, das ist jetzt schon mal Klamour. Alter, richtig verwirrend ist mal hier. Das kann ich nicht mal so leicht, Alter. Komm, hier und snipen, ne, Digga. Fuck, wie war denn da am Quatschen noch? Boah, direkt weggeballert. So, mal eine andere Knarre, okay. Noch richtig Noob hier. Alter, das gibt's doch gar nicht. Ich hab den kaum gesehen. Direkt tot. Digga, ich muss mich erstmal hier übertrieben orientieren. Stimmt ja, wir haben erstmal voll die Noobs. Waffen anfangs. Ne, richtig. Wie sie, müssen wir alles hier nochmal leveln. Ey, mein erster Kielfreude. Boah, Alter, hat's mir eingegeben. So, wo sind denn hier... ...Aufquartier. Kann ich leider nicht ansteigen, aber hier. Ich stecke die aus. Beide übernehmen ECHO! Verkauf! Verkauf! Bebündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestanden. Beide haben ECHO übernommen. Wir sind in der Luft. Verkauf! Bebündete Schütz online. alter da liegt hier alles herum so wieder hier schon einnehmen toll willst du denn die scheiße einnehmen wenn die Affen von allen Seiten Junge Junge geht das Boah Sniper Junge wir werden überall gebraucht jetzt habe ich noch den letzten eingegeben bevor die Runde Ende ist okay sehr sehr lange das nicht mehr gespielt nur so ein bisschen wieder drin könnte natürlich besser werden Tja verloren das ist halt immer so wenn man für die Nups halt rein kommt so ich hoffe die nächste Runde wird ein bisschen besser sein mit mein Rang 33 habe ich aufgehört damals um so so ne die eine Vorräte habe ich drin das habe ich drin okay die eine Waffe war glaube ich besser ich glaube hier erstmal mit snipen ist verdammt schwierig ich glaube davor geht man eher über 1000 mal platt wenn man hier richtig snipen kann wenn man das so richtig drauf hat so welche Waffe war das war das die oder die halt's Maul genau die Knarre war das sie ist so gut so mal hier alle mal stumm schalten auf den Sack hier die ganzen Glaber Mist ab geht die Post jetzt schon Junge das geht so ab ne wo ist der geflogen alter direkt gucken wer das war Digga wir müssen hier so reinkommen ne unnormal Tür auf bam schützt du bitte das Fenster ist auch nicht sauber kann man ruhig hier einschlagen Alter ich hab gar nicht gesehen dass das von uns einer ist ach äh von uns sag ich von den Feinden geht das ab so c haben wir schon eingenommen der hat mich gar nicht gesehen alter aber ganz ehrlich ich den wixer auch nicht mg junkie wir sind bei Alpha gebt unsere Stützung Junge geht das hier ab hier sind so viele ne das ist so krass ist immer scheiße wenn so eine Drohne über uns ist fuck aber jemand als kommt jetzt kommen die alter scheiße Mg ey so hier kriegen wir Fahrzeug sag ich mal ein Fahrzeug nimm das gefällt mir schon besser gefällt mir schon besser nein alter nicht getroffen ey ich hab doch auch geschossen Digga was ein Hund alter schütze mich auf mich Junge Junge geht das hier ab oh ich weiß gar nicht wo ich hingucken soll ne Alter Schwede ey boah die übernehmen hier alles ey so ich warte mal auf den Panzerschön oder sowas hier ist einer sauber nein ist schon weg fuck alter wir halten Alpha verbündete Drohne ist in der Luft Radarsuche wird gestartet verbündete Drohne ist in der Luft Favor wird gesichert kommt ihr hier kein Panzer jetzt oder ist die los was dauert das denn immer so lange ist das ein Fahrzeug Digga wir werden überall gebraucht was hier was hier ha 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 oh oh, das schütte jemand die drohne ist mit der luft bravo gesichert alpha wird gesichert praktische drohne über uns so, man munitioniert alle alter, fast tot ja, vom fenster alter tolle stunden wieder besitzt alles hier warten wir halt auf so'n fahrzeug wir haben C verloren verbündeter marsflugkörper gestartet verbündeter verbündeter drohne aktiv feinde bei echo, los toll alter überall sind die egal wo ne egal wo du spawnst ey geh ich mal hier rein der ist platt kommt direkt noch einer ach, das ist einer von uns oh, Panzer, schnell weg hier gerettet, Digga, gerettet wir halten Alpha Achtung, verbündeter Fretz hier wird es bei C gebraucht Junge, hier im Spiel du kommst rein, tot du kommst rein, tot du ballast ab, du ballast ab du kommst rein, tot meiiine Frasse geht das ab jawoll okay endlich mal endlich mal verbündeter drohne ist in der luft radarsuche wird gestartet fuck alter verbündeter drohne ist in der luft radarsuche wird gestartet delta wird gesichert scheiß nach landeslaut ja auch zehn jahre verbündeter infanterie panzer der hat delta eingenommen halt, hattet ihr nicht gesehen? das team bei charlie unterspült feinde bei bravo, los feinde hat Alpha übernommen kämpf weiter, wir schaffen das boah, junge, junge hehehe, alter schwere ja, das was ist muu ich habe auf jeden Fall unsere waffe hier leveln Sniperchen Um wenigstens bin ich nicht letzter Für so ein Anfänger Oh, Schützen oder Flex-Visier haben wir freigeschaltet Gehen wir erstmal raus So, die Waffe dann leveln Ach, das war's eigentlich Das war's eigentlich schon Aber die ist leider noch Belegt, beziehungsweise noch Können wir die nicht nehmen Ja, so sehen wir auch zur Zeit Das war's eigentlich schon Ach, die kleine Stadt hier So Ach, die ganzen Panzer sind schon wieder alle unterwegs hier, Alter Hier mit dem Panzer fahre ich eigentlich sehr gerne Bei wenigstens haben wir jetzt ein besseres Visier drauf Gut, wir können loslegen Das Team bei Charlie unterstunden Ihr werdet bei B gebraucht Wir haben Echo eingenommen So, solche Zivaten hier aufpassen auf E oder Weiterreißen Alter, ich bin noch nie geflogen Junge, wie geht das? Digger Warte, hat mich gekillt? Ich wollte schon sagen, eigentlich ein Mann gekillt oder was? Aber nein Wird abgeschlachtet Wird abgeschlachtet Alter, alle Flaggen haben verloren So normal, unnormal Ich will fahren Ich fahre rein mit dir Ich bin sicher gehört hier Wir haben Echo eingenommen Wir haben die Kontrolle Ich muss mal auf Einzelschuss machen hier Alter, wo sind die Wichser? Boah, Junge Alter Ja, mit Sniper von Weitem, ne? Wir haben Charlie eingenommen So, Panzerschön würde ich auch gerne mal hier fahren So, Panzerschön würde ich auch gerne mal hier fahren So, Panzerschön würde ich auch gerne mal hier fahren Feinde bei Delta, los! Feinde übernehmen Echo Feinde haben Charlie eingenommen Wir haben Alpha eingenommen Einer weniger Guck dir gar nichts Wir haben Echo verloren Digga, wie verliehen die alles? Ausgerechnet jetzt Ausgerechnet jetzt Ausgerechnet Feindlicher Clusterschlag Feindliche Drohne über uns Feinde übernehmen Was ist das? Nein Alter, warum hast du nicht geballert? Boah, Junge ey Ah, auch noch als Kanon-Futter bin ich jetzt hier good Chönen Fertig Vorher Not Fertig Auf Beobacht 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 Ich kann aber überhaupt nichts aus, nein, die gehen direkt drauf, weil es mir gerade so aufgefallen ist. Achter, der müsste doch hier sein, wo ist der denn? Ach, ein Camper. Achtung, verbündeter Präzision, Delta wird gesichert. Der Hans Charlie. Lassiere Claymore. So eine Pisser. Lassiere Claymore. Aufsendete Drohne ist in der Luft, Radarsuche wird gestartet. Feindlicher VTOL im Einsatz. Feinde bei Charlie, los. Schnauze, ey. Achtung, verbündetes Kampf. Wir liegen vorne. Das Team bei Alpha unterstützt. Da geht's, Alpha. Der Marsschlugkörper gestartet. Wir nehmen's, Delta ein. Wir haben A verloren. Da hat es was geschafft. Kämpfen. Beide übernehmen Echo. Wir haben Charlie verloren. Verbündeter Infanterie-Panzer kommen. Wir sind vorne gestartet. Alter, so krank, ne? Feindlicher Infanterie-Panzer. Wir sind bei Charlie. Geht unter. Beide übernehmen Echo. Boah, fett. Wir haben Echo verloren. Wir verliehen die Kontrolle. Weitlicher Präzisionsluftschlag. Hintergrund. Junge, was ist denn los, ey? Schon wieder alles hier eingenommen. C wird gesichert. Achtung, verbündeter Präzisionsluftschlag im... Feindlicher Clusterschlag im Anflug. Entdeckung. Boah, jetzt kommt dann hier gar nichts, kein Pazzer, nichts. Wieder zu Fuß hier. So eine Autotür liegt da. Und platziere Claymore! Fuck, was ist das denn jetzt? Junge, was ist das Gift oder was? Alter, das ist scheiße, was? Junge, Junge, schlappscheißen hier. Toll, jetzt wissen die, dass ich hochkomme. Wunderbar, welche sind von den Feinden. Ich habe hier gar nicht auf, 46er Stock. Verbündete Infanterie-Panzer kommt. So geht es hier hoch. Ich laufe die Treppen hoch, um mich abzusein. Alter, ich werde nicht mehr. Feindlicher Retall im Einsatzgebiet. Feindlicher Clusterschlag im Anflug. Feindlicher Präzisionsluftschlag in Deckung. Feindlicher Präzisionsluftschlag. Boah, nicht schon wieder. Alter, wieso haben die ganze so komische Gas-Attacken hier? Wir nehmen Alpha ein. Wir halten Bravo. Alpha gehört uns. Wir haben Echo verloren. Verbündete Infanterie-Panzer kommt. Das ist ja nie auf hier hoch zu latschen, Alter. Jetzt mal nehme ich den Aufzug. Verbündeter Clusterschlag nähert sich. Feindlicher Clusterschlag im Anflug. In Deckung. Ich habe keine Sniper-Knarre. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Radarsuche wird gestartet. Wir verlieren Charlie. Reißt euch zusammen, das hier ist doch. Feinde haben Delta übernommen. Ich bin nur hoch, Alter. Ich bin mit allen. Ich bin mit allen Sun-Seni-Vapeeneder. Ich bin mit dem preventionellen L separapter. Ist das hier ein Gemetzel? O Needler? so ein sechster Panzer. Ach ja, ja, Freunde, so, das war's jetzt mal von mir meinerseits. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank.